Hallo, mein Name ist Victor Sivak. Ich bin Vertriebsingenieur bei der Firma Baumaschinen Franken. Wir verkaufen Baumaschinen und machen Filzton mit Mewa Schalungen. Und über die Firma Mewa würde ich heute ein bisschen erzählen. Jetzt gehe ich auf das Thema Montage Mewa Schalungssysteme ein. Als Vorteil würde ich nennen, dass es extrem leichtes Gewicht von diesen Schalenplatten ist. Da kann man einfach mit nur zwei Personen zusammenbauen und bei Transportieren zum Beispiel. Und bei uns auch wichtig, es gibt keine große Unfallsgefahr durch Gewicht. Wir können verstehen, dass Leute acht Stunden auf Baustelle und immer was schwerer muss tragen müssen tragen. Der Rücken geht kaputt, ja. Aber bei unserer Schalung, da merkt man schon, dass kann man ganz leicht diese Arbeit machen. Alle Fixschalungen sind flexibel. Ob Wand oder Decke, ist verwendbar. Alles möglich. Die Entzahlungsnahme von alten Schalungssystemen ist bei uns auch möglich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, könnten wir Sie überzeugen für unsere leichte Alle Fixschalungen für Ihre Firma und Ihre Mitarbeiter. Bei Fragen können Sie mich gerne kontaktieren oder unsere Internetseite besuchen. Auf Wiedersehen.